Herr Bürgermeister, der Krisenstab hat gerade getagt. Was ist herausgekommen? Das Magistrat ist ja geschlossen worden. Der Krisenstab tagt jetzt jeden Tag. Wir bekommen daher auch jeden Tag eine Neubeurteilung der Lage. Und aus dieser Lagebeurteilung heraus treffen wir dann Maßnahmen und kommunizieren die auch in der Folge an die Bevölkerung. Wir haben jetzt einmal den Betrieb des Magistrats eingeschränkt. Es gibt also einen Parteienverkehr nur mehr zu eingeschränkten Zeiten, Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils zu festgelegten, neu festgelegten Stunden. Wir haben gleichzeitig eine Box aufgestellt, dass jeder seine Anträge auch einwerfen kann und diese werden dann in der Folge bearbeitet. Sie sind ja auch in Kontakt mit der Bundesregierung. Wissen Sie, welche weiteren Schritte folgen werden? Es werden weitere Schritte vorbereitet, aber die Bundesregierung wird das rechtzeitig an die Bevölkerung kommunizieren. Wenn man sich die Kurve ansieht, dass das Ganze wieder abflacht, ist ja bereits von 300 Tagen die Rede. Wie lange denken Sie, was ist Ihre persönliche Einschätzung? Wird dieser Ausnahmezustand andauern? Das kann man derzeit ganz schwer sagen. Die Bundesregierung hat ja die Verordnungen zur Einschränkung der Versammlungsfreiheit jetzt einmal auf eine Woche befristet. Wir werden sehen, wie stark sich dann diese Kontaktreduktion auch auf die Ausbreitung auswirkt. Das sind aber alles Spekulationen, an denen ich mich ungern beteilige. Wird die Stadt Wales auch die ansässige Wirtschaft in irgendeiner Weise unterstützen? Eine Unterstützung kann aus meiner Sicht nur Hand in Hand mit dem Land und dem Bund erfolgen. Hier werde ich mit dem Wirtschaftsreferenten naturgemäß auch Gespräche führen. Es gibt hier Überlegungen, aber wir müssen jetzt einmal abwarten, wie lange diese Einschränkungen tatsächlich halten. Wir haben jetzt als weiteren Schritt auch weitere Einrichtungen in der Stadt geschlossen und versuchen jetzt uns bestmöglich an diesem neuen Konzept zu beteiligen. Was würden Sie als Bürgermeister Ihren Bürgern hier in Wales mitteilen, was Sie tun sollen? Unbedingt die Anordnungen, die jetzt ohnehin überall schon bekannt sind, zu befolgen. Das heißt, soziale Kontakte so weit als möglich einschränken. Erstens, zweitens, regelmäßig die Hände zu waschen und so weit es geht auch zu Hause zu bleiben. Das ist die beste Möglichkeit, um Menschenleben zu retten und darum geht es uns jetzt. Wir müssen hier großes Gefühl, auch Eigenverantwortung zeigen und ich hoffe, dass das auch angekommen ist bei der Bevölkerung. Die Politik, der Stadtsenat, ist der weiterhin täglich anwesend oder wird das Magistratoff generell geschlossen für Mitarbeiter? Nein, wir sind natürlich im Einsatz. Es wäre auch verantwortungslos, gerade jetzt, wo unfassbar viel zu regeln ist und viele Entscheidungen zu treffen sind, nicht im Einsatz zu sein. Wir waren auch am Wochenende im Haus und beschäftigen uns auch ständig mit neu herankommenden Problemen und Themenstellungen. Sehr viele Mitbürger wissen ja noch nicht, wie sie das konkret betrifft und wie sie ihre Probleme auch lösen sollen. Wir brauchen hier also erstens Lösungskompetenz und zweitens ein strukturiertes Vorgehen. Es prägt nichts, wenn wir jetzt alle in die Forsen fallen oder ein Brett vor dem Kopf haben, sondern es braucht einen klaren Blick und den versuchen wir zu behalten. Die Stadt Wales bietet ja auch einen Lieferservice für Bürger und Bürgerinnen an. Gibt es da bereits schon eine gewaltige Nachfrage? Es gibt eine Nachfrage und wir versuchen, dieser Nachfrage auch nachzukommen. Ich halte das für notwendig. Wir dürfen auf die Schwächsten und auf die Senioren sicher nicht vergessen. Wir müssen das Verantwortungsgefühl haben, dass wir jetzt gerade für die da sind, die uns dringend brauchen, um ihre eigene Versorgung sicherzustellen. Und das ist jetzt auch die Priorität in der Stadt Wales, Leben schützen und soweit es möglich jenen helfen, die sie Hilfe benötigen. Die Rettung und das Krankenhaus Wales sind derzeit noch nicht überlastet? Nein, es gibt hier keine Ansachen dafür. Alle sind gut vorbereitet und wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen die Infektionen auch soweit eindämmen können, dass es zu keiner Überlastung kommt. Vielen Dank.